Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music & Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk Stammtisch. Heute werden wir eine kleine Nachlese der NEM Show machen. Umso mehr freue ich mich, dass heute auch dabei ist der Pieter Schlotznagel. Hallo Piet. Hi, guten Morgen, Mahlzeit. Alles klar, gut. Du warst ja vor Ort. Richtig, genau. Wir sind ja auch Aussteller und waren auf der NEM Show und hatten einen kleinen süßen Stand. Das ist ja alles ein bisschen gemütlicher auf der NEM Show als in Frankfurt. Und ja, wir haben auf dem Stand unseres US-Distributors SMPro Audio Sachen ausgestellt. Unter anderem ja auch diese Neuheiten. Da kommen wir gleich zu. Jetzt will ich aber erstmal die anderen Kollegen vorstellen. Denn da haben wir nämlich den André aus Malaga dabei. Hallo André. Hallo, guten Morgen. Moin. Moin. Du warst zwar nicht mit auf der NEM Show, aber du hast doch bestimmt eine Meinung zu den Highlights. Ich habe alles hier fleißig verfolgt, eure Beiträge. Das ist klasse. Dann haben wir aber auch noch dabei den Tom Ammermann. Hi Tom. Moquin. Du hast ja noch einen Kopfhörer. Habe ich noch gar nicht gesehen vorher. Nee? Nee. Ja, dann ist jetzt wieder ein neuer Kopfhörer. Ja, ich sehe das schon. Ja, gut. Ich glaube, du hast es nicht gefunden. Der ist doch von Adidas, oder? Genau, genau. Jetzt wollen wir hier kommen. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Was ich jetzt aber als erstes mal, bevor wir loslegen und uns über die NEM Show unterhalten, möchte ich natürlich wieder mal Werbung in eigener Sache machen. Denn am Montag, dem ersten Montag im Monat, machen wir ein Musertalk Special. Und da wird diese Woche ab 6 Uhr online sein bei uns. Mobile Recording mit Andrew Levine, Folge 5. Das ist dann die letzte Folge in der Serie und das sieht dann in etwa so aus. Auf Niere eingestellt. Immer auch gucken, ist der Pad auf Null. Und der Hochpass auch ausgeschaltet. So, und da seht ihr wieder, er ist da in der Schule, in der Aula. Ja, eine Niere, hat das Brot von ihrer Charakteristik. Und, äh, tja, mehr will ich gar nicht verraten. Ich bin immer auf der falschen Kamera, halt auf die wollte ich eigentlich. Ich will gar nicht mehr verraten. Das gibt es beim Musertalk online ab 6 Uhr. Und nächste Woche um 12. Donnerstags machen wir ein Praxistalk im Stammtisch. Und da geht es um Mixing. So, jetzt wollen wir mal zur Sache kommen. Piet, so, wie war's netter? Wie war's? Wie sagst du's auch? Oh, ich, ähm, ähm, äh, auf der NAM-Show quasi. Äh, fand ich nicht so knallig. Äh, es war recht frisch. So mal 12, 16 Grad. Äh, man ist ja in den letzten Jahren wärmeres gewohnt. Äh, insofern, ja, also ich hab gefroren. Trotz alledem. Hab mich natürlich auch sauber erkältet. Vor allen Dingen, weil, äh, das Unding ja ist, ähm, ähm, auf der NAM-Show in den Messehallen wird natürlich auch auf gefühlte 15, 14 Grad die Klimaanlage irgendwie runtergedreht. Und wir haben genau über unserem Stand hatten wir eine und das war eigentlich auch der Tod für mich. Und, äh, ja, dann hat mich ja die Grippe dann auch erwischt und, äh, ich bin heute das erste Mal wieder da und, äh, darf gleich hier diesen sensationellen Event, äh, quasi teilhaben. Das, äh, das freut mich natürlich. Und, äh, hast du denn noch einige, einige der üblichen Verdächtigen gesehen auf der Messe? Ich zeig dir mal einen. Warte mal, wenn das hier geht. Ja, zeig mir mal was. Ja, würde ich gerne. Wenn ich könnte, kann ich aber nicht, weil es hier wieder alles nicht funktioniert. Ich hab heute erst einen Stress hier mit meinem Laptop. Und, da kühlt nix. Haha. Welchen Verdächtigen willst du mir denn zeigen? Äh, eigentlich wollte ich... Ich wollte wie immer mal, äh, den Kollegen Stevie Wonder zeigen, den man nämlich, äh, als, äh, NEM-Show-Besucher auf jeden Fall jedes Jahr, äh, da erleben kann, ne? Ich hab, ich hab ihn tatsächlich auch gesehen, weil er genau neben uns am Stand plötzlich war. Es bildete sich eine Menschentraube und man, ich hab mich nur gefragt, was ist hier denn los? Und das war am Alese-Stand, der direkt neben uns war und, äh, er hat, äh, E-Drums gespielt. Und, äh, das war schon in einer gewissen Art und Weise sehr überraschend, weil man sich ja plötzlich fragt, gut, es ist, ich, klar, er ist bekannt, er ist weltbekannt, aber, ähm, es wurden die iPhones und iPads gezückt und aufgenommen und Fotos gemacht, Videos gedreht. Es waren Bodyguards standen rum und ich dachte, Wahnsinn, das ist, äh, das ist hier wirklich so ein Menschentrubel. Und, äh, ja, das Schöne war, nachdem die Aktion zu Ende war, konnten auch, oder sind einige dann tatsächlich an unserem Stand hängen geblieben. Ah! Was will man denn eher, Mensch? Ah, das ist ja klasse. Und es ist wirklich so, dass man den Jadda jedes Jahr trifft, ne? Der kommt dann mit seiner Autourage vorbei, mit seiner ganzen Clique, mit seinen Bodyguards und dann geht er von Stand zu Stand und es ist ein Riesen-Hallo. Und das macht er ja schon seit 30 Jahren, ne? Richtig, ja. Und, ähm, ich hab immer nur vom Hörensagen oder von diversen iPhones, von Kollegen gesehen, hier, ich hab Stevie Wonder an dem und dem Stand gesehen und hab mir so, yo, schön, dass ihr Zeit habt, äh, das Glück hatte ich nie und, äh, diesmal, äh, war es bei mir quasi auch soweit, wobei ich jetzt, also ich konnte nachts noch schlafen und, äh, ja, ich bin der Pete, der ich vorher auch war. Aber es war trotzdem, äh, ganz schön. Okay, der Pete, der er vorher auch war. Ja, das ist schön. Gut, dass du das noch bist. Sag mal, André, du bist doch, ähm, Macher, einer der Macher hinter dem Nuklear. Und, äh, du hast aber beobachtet, dass es so einen starken Trend gibt, Richtung, äh, Analog-Synthesizer, ne? Die Kollegen von Waldorf, die sind da wieder am Start mit einem Puls-2. Und Arturia hat, äh, äh, einen der Highlights und der Hits gelandet auf der Messe, würde ich sagen, mit dem Mini-Brute. Verstehe ich auch, ehrlich gesagt. Ich hab mir auch die Videos, die sind auch sehr, sehr gut gemacht. Übrigens, die Videos bei Arturia, die waren doch, ähm, witzig und professionell. Äh, die klingen schon anders. Also, man hört schon, dass das irgendwie, ähm, dass der mehr Tiefe hat und dass der nicht, nicht, nicht ganz so grisselig klingt. Und auch, ich find auch die Bedienung speziell von dem Arturia wirklich gut. Man hat wirklich das Gefühl, ein Hardware-Gerät vor sich zu haben. Wobei ich beim Puls-2 doch, ähm, durch diese Menüführung und diese wenigen Regler eher das Gefühl hab, an einem Digital-Synthesizer zu setzen. Okay, ich zeig mal kurz, wenn das hier jetzt mal ausnahmsweise läuft. Jo, es läuft! Das ist ein Video von den Kollegen von Sonic State. Und die waren vor Ort und haben sich das Gerät mal zeigen lassen. Strahlt da ein Handy ein. Siehst du, hörst du? Nee, das ist der Sinti. Der Tom, du. Das ist der Sinti. Ah, das ist der Sinti. Also, heute ist so was, sind solche Geräusche. Das klang ja auch wirklich so. Ich hab auch wirklich einen Moment überlegt, aber das ist wirklich das Ding. Nein, nein, ich wusste schon, dass es der Sinti war. Ich scherze jetzt rum. Ach, komm. Mal ehrlich, komm, das klang wirklich so. André, pass mal auf. Ist denn der Arturia, da ist doch garantiert gar kein echter Analog-Synthesizer. Oder ist es dann ein echter Analog-Synthesizer? Oder ist das wieder Modeling? Nee, also, weil ich das mitbekommen hab, ist es ein echter analoger Synthesizer. Na, ist richtig, richtig, richtig. Und der Waldorf ist ja im Prinzip so ein kleiner Zwitter. Ja, zumindest was, ja. Ist ja von der Bedienung her im Prinzip genauso wie der Puls 1. Diese berühmt-berüchtigte Waldorf-Matrix. Also man hat im Prinzip vier oder fünf Regler, dann eine Matrix, wo man umschalten kann und dann kann man mit den vier Reglern dann ganz, ganz viele Parameter steuern. Aber in der Praxis ist das eigentlich immer unintuitiv, oder? Also ich hätte da nicht so viel Spaß dran. Ich finde, der Arturia ist schön designt da. Das macht bestimmt Spaß dran zu schrauben. Der klingt auch sehr gut. Das Filter klingt unglaublich gut, zumindest im Demo-Video. Aber ich hätte selber an dem Puls nicht so viel Spaß, weil mir einfach die Regler und der direkte Zugriff fehlt. Ich muss immer erst gucken, wo ist meine Matrix, auf welches Menü muss ich gehen. Das nimmt irgendwie so die direkte Kreativität, finde ich. Okay. Direkte Kreativität können wir hier nämlich mal sehen. Das läuft auch mal, das Video, glaube ich. So. Hier haben wir einen Oscillator. Und da geht es doch schon weiter mit Handy-Einsteuerung. Hör mal, Tom. Ich sage da jetzt nichts mehr zu, da kriege ich ganz bestimmt Schildes für. Und es hat auch einen modulierten Oscillator. So you can control this Oscillator with this Oscillator. Ich bin ja ein Fan von den alten Roland-Sounds, von den schönen großen Flächen. Und da tue ich mich schwer, wenn ich solche Sachen höre, weil das mit Sicherheit seine Berechtigung hat. Ist auch egal. Hauptsache es gibt Leute, die finden das cool. Ja, aber warum glaubst du denn, lass uns doch mal darüber reden, warum das immer wieder so eine Renaissance gibt von diesem Modul-Synthesizer, von Analog-Synthesizer. Ist komischerweise auf dem Messen immer wieder so ein Highlight. Tja, ich weiß nicht, ob da auch so ein bisschen dieser Zauber von Analog mitschwebt, das kann ich nicht so genau sagen. Ich gehöre einfach nicht zu, ich bin auch schon Frickler, aber ich bin, keine Ahnung, diese Art von Sounds sind einfach nicht so meine Welt. Was ich eben schon sagte, ich stehe mir auf andere Sounds, die man aus anderen Kisten rausholt. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es mir völlig egal, ob die Kiste digital oder analog ist, Hauptsache der Sound kommt da raus. Und desto mehr ich speichern kann, desto cooler finde ich es. Das heißt, von daher bin ich eher wahrscheinlich ein Anwender für digitale Geräte als für analoge Geräte. Als kleiner Einschub vielleicht nochmal, also auch in meinem Studio drüben findet nichts im Punkto analoger Renaissance, also auch nicht im Outboard-Gear statt. Ich mache alles digital, weil da habe ich gute Tools, sehr gute Wandler, klar, das muss stimmen, und sehr gute Mikrofone, Kabel sind in Ordnung. Die sind zwar nicht beim Mondschein, Mund geklöppelt und über einen verzauberten Bayer geschwungen, aber klingt trotzdem. Und das ist so mein Handwerkszeug und ob das jetzt analog oder digital ist, ist nicht wahr. Du lachst. Ich finde es super, Tom. Über den Bayer geschwungen, das ist sensationell, aber du hast recht. Ich meine, das Interessante bei diesem Bugler-System beispielsweise ist tatsächlich... Bugler? Halt, stopp. Bugler? Heißt das? Wird so ausgesprochen, ja? Buckler. Buckler. Nee, also wir hatten ja Buckler am Stand, das ist ja tatsächlich unser Vertrieb auch in den USA. Und es war direkt neben unserem SM-Pro-Audio-Zeug standen diese Systeme. Und Herr Don Bugler persönlich war tatsächlich auch natürlich da, jeden Tag. Und wir sind auch abends mit ihm irgendwie essen gegangen. Und es war schon wirklich alles sehr interessant. Das schwingt so ein bisschen halt Magie mit. Das hat man auch gemerkt bei den Besuchern, die dort waren. Es war weniger dieses so, hey, das ist jetzt irgendwie eine Kiste, da bringe ich irgendwie einen fetten Sound da so raus. Es ist so ein Klanggeschraube. Und ich habe mir auch einfach mal die Zeit genommen und habe dann festgestellt, huch, jetzt stehe ich schon 45 Minuten vor dieser Kiste und habe so viele Kabel und Knöpfe, Schalter, Möglichkeiten, die ich einfach wahllos miteinander verknüpfen kann. Und es ist halt diese Wissenschaft dahinter. Ich meine, das Ding sieht auch aus wie ein Labor. Das muss man auch sagen. Und das ist halt dieser Charme. Und ich glaube, das wird auch immer der Charme bleiben. Und es werden sich auch immer eine Menge Leute... Genau. Es werden sich auch immer eine Menge Leute um solche Kisten scharen. Und tatsächlich wird es auch so sein, dass wir diese Bugler-Systeme bei uns auf dem SM-Pro-Audio-Stand haben werden. Das war ja unter anderem auch eine Nam-News, weil viele das dann verwechselt haben. SM-Pro-Audio hat also in keinster Weise Bugler gekauft, aber es wurde eine neue Firma gegründet, die Bugler Electronic Instruments Limited oder sowas. Und die Firmengründer oder die Firmenchefs von SM-Pro-Audio und der Vertriebschef von MV-Pro-Audio, der US-Vertrieb, haben Bugler eben quasi übernommen, wenn man so will. Und Don Bugler selber muss sich halt jetzt tatsächlich nicht mehr um irgendwelche finanziellen Geschichten sorgen. Er kann seine Sachen entwickeln, die er entwickeln will. Jetzt mal ganz für die Zuschauer. Solltest du uns nochmal erklären, Piet, wer dieser Bugler ist und warum das so ein Kult ist? Was hat der Mann gemacht? Ich meine, Robert Mook kennen sie alle, aber Bugler ist so dieser eigentliche Hero, aber eben wieder nur für die, die ein bisschen mehr wissen. Erzähl mal. Ich, ja, also ich bin natürlich noch viel zu jung, um das alles mitbekommen zu haben, aber es ist tatsächlich so, dass Bugler und Mook oder Mook, wie immer man ihn dann... Mook, es ist Mook, Mook wie Vogue. Genau, wie Vogue. Erzählen lassen vor zwei, drei Jahren in Amerika. Sind beide, wenn man so möchte, die Väter des Synthesizers. Wobei Mook, glaube ich, da tatsächlich der kommerziell erfolgreichere war. Ganz sicher sogar, Piet. Ja, man merkt es Don Bugler tatsächlich an. Er ist ein eigener Mensch, also beziehungsweise er hält sich stark zurück. Er ist sehr schüchtern. Das haben wir immer gemerkt, auch bei der Pressekonferenz musste ich hinterherlaufen, weil es fing die Pressekonferenz an und Herr Don Bugler war weg. Ah, das hatten wir ja heute auch, ne? Und ja. Bei unserem Stammtisch, da sollten ja einige auftreten, die dann auf einmal weg waren. Es war so schön, er ist nämlich rüber zu Jörg Schaaf, Radical Technologies und hat sich den Spektralis gerade erklären lassen. Es war wirklich klasse. Und ja, aber es ist tatsächlich... War dabei verloren gegangen sozusagen. Er ist dabei, genau. Und ja, Herr Bugler ist auch tatsächlich the Godfather, wenn man so möchte. Und diese Systeme gehen in eine andere Richtung. Wir haben auch lange mit ihm gesprochen und auch mit seinem Sohn Ezra, der auch am Stand war und der das wahrscheinlich irgendwann mal übernehmen wird. Und wir haben auch mal so gefragt, Mensch, wir möchten jetzt mal einen richtig fetten Bass-Sound mal aus diesem System hören. Und die Antwort war, naja, das geht nicht. Und wie im Moment. Warum geht das nicht? Naja, das kommt nur so kleine Bleeps und Geräusche raus. Und natürlich kannst du dir irgendwie einen Bass zusammenschrauben. Das ist schon richtig. Aber es ist alles sehr wissenschaftlich. Und mit dem Teil kannst du halt zum Mond fliegen oder zum Mars. Das ist so... Das glaube ich nicht. Das möchte ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Es ist wirklich... Es ist so eine ganz andere Herangehensweise, die Herr Bugler da einfach in seinen Synthesizern umgesetzt hat. Da frage ich doch mal einen anderen Synthesizer-Freak, ob er den Bugler überhaupt kennt. André, sagt ihr das? Ich kann es schon, aber kennen nicht wirklich. Aber es gibt zum Beispiel auch unglaublich... Ich kenne unglaublich viele, die auch mit Reactor unglaublich krasses Zeug bauen. Und ich denke, das ist einfach die analoge Welt und die digitale Welt. Also Reactor-User gibt es auch viele, die da auch spannende Sachen zusammenschrauben. Okay. Die auch fett klingen. Also die nicht nur gebastelt sind, sondern die auch dann... Ja, ja, ja. Piet, Tom Wendt war ja für uns vor Ort. Genau. Ist aber leider jetzt gerade im Zug, hat eben noch angerufen und hat gesagt, wenn ihr mit dem Stream noch eine Stunde warten könnt, dann kann ich noch ein bisschen was erzählen. Das wird uns jetzt nicht vergönnt sein. Ich lasse jetzt hier mal so ein paar Nemshow-Impressionen durchlaufen und dann kannst du mir mal noch ein bisschen so erzählen, was da so eigentlich Phase ist. Musik haben wir schon. Mal sehen, ob ich das jetzt auch alles hier hinkriege. Na, na, Play muss ich drücken, oder? Guckt mal, so sieht das aus, wenn nichts kommt. Das ist die schwarze Welt. Blackout. Wir machen jetzt einfach diesen Akta... Guck dir das mal an. Also das ist doch wieder so mal typisch. Eben lief es noch, jetzt lief es nicht. Wie im wahren Leben, ne? Piet, du musst alleine da, da bist los. Das ist großartig. Das musst du jetzt übernehmen jetzt hier. Ja, oh Gott. Ich kann mich ja immer rausreden. Ich meine, ich bin natürlich die meiste Zeit am Stand und bekomme ja auch gar nicht so viel mit. Also das ist aber nicht nur das, wenn du am Stand bist, kriegst du nichts mit, ne? Das ist klar. Ja, das ist, ich weiß. Ne, jetzt sag mal, pass auf. Ich mache es dir mal ein bisschen leichter. Also wir haben hier von der Ferne aus diagnostiziert, dass wir ein paar Highlights hatten. Das war Bitwig, ich weiß nicht, ob da was passiert ist, und diese MPC-Geschichten und auch Arturia. Und wie hat sich das so vor Ort gestaltet? War das auch in etwa so? Oder war Bitwig kein Thema da? Bitwig war tatsächlich überhaupt kein Thema, beziehungsweise ich habe es auch nicht mitbekommen. Man frägt ja auch immer Kollegen von anderen Vertrieben, Herstellern, wie auch immer. Und gibt, oder auch, ich frage auch immer fleißig die Presse, was gibt es so Spannendes? Arturia wird dann gerne genannt, diese Bitwig-Nummer. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich von euch tatsächlich erfahren. Und dachte mir so, huch, was ist das denn jetzt? Hat mir das natürlich dann mal alles angeguckt und versuche mir auch gerade so eine Meinung darüber zu bilden. Okay, können wir da vielleicht teilhaben an deiner Meinung? Du, ich glaube, die sieht nicht anders aus als eure Meinung. Es sieht verdammt nach einem Ableton-Klon aus. Wobei, ähm... Was ja auch sogar noch erschwerend, kommt ja doch hinzu, dass das auch noch ehemalige Mitarbeiter sind. Es scheinen wohl, genau. Also ein Teil davon sind wohl ehemalige Mitarbeiter. Das ist richtig. Ich meine, die Frage wird jetzt wahrscheinlich von Ableton zu klären sein, inwieweit man da rechtlich vielleicht, ich weiß es nicht, ob es die tangiert, aber ob man da irgendwie vorgehen kann, muss wie auch immer. Ja, ansonsten finde ich einige Features unglaublich spannend. Also gerade diese LAN-Geschichte. Und die ist aber gar nicht drin. Das traurig ist ja, dass das gerade in der ersten Version noch gar nicht drin sein soll. Ach, das wird nachgereicht. Ja, ja, ja. Darf ich da noch was nachfragen gerade? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Wie ist das eigentlich? Würdet ihr sagen, das ist gut, dass die sozusagen mit einer dreiviertelfertigen Version auf den Markt gekommen sind? Oder würdet ihr sagen, auch schon mal cool, dass das da ist. Ich bin gespannt auf das Nächste. Das ist ja für mich auch gerade ein Thema, worüber ich nachdenke. Da habe ich eine Meinung tatsächlich zu. Sag doch mal. Ich habe ja auch schon mit den Kollegen von Bitwig Kontakt aufgenommen und gesagt, Mensch, stellt das doch mal vor. Und dann waren sie ein bisschen zurückhaltend und Dingens. Und da hatte ich dann tatsächlich für mich das Gefühl, dass das vielleicht in der heutigen Zeit eine komische Strategie ist. Denn man kriegt ja mal einmal Aufmerksamkeit für so etwas komplett Neues. Und dann wollen die Leute auch gleich mal ausprobieren, was machen. Das jetzt im Prinzip in zwei, drei oder vier Monaten wiederzukommen und sagen, so jetzt haben wir eine Public-Beta-Version und so. Das ist für mich meiner Meinung nach Energieverlust. Das stimmt, das ist wirklich ganz schlecht. Das haben wir auch beim Nuklear gemerkt. Das war schon schlecht, dass wir keine guten Presets hatten. Also ich würde da in jedem Fall auch immer dazu raten, so gut wie möglich das schon mal vorzubereiten. Genau, weil man hat ja... Ein, zwei Monate warten und dann raus, rausbringen. Nee, 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 nee. Und sagen... Nee, Tom, die Geschichte, die ich meine, ist, du musst was fertig haben. Du kündigst jetzt was an. Hast jetzt die Gelegenheit, mal kurz einen kleinen Hype zu haben. Oh, Bitwig, Bitwig oder deine Sache. Und in dem Moment gehen die Leute auf deine Seite und wollen dann aber auch gleich ausprobieren. Machen, tun, gucken, was ist das. Und wenn dann da steht, oh, sorry, in sechs Monaten gibt es mal eine Public-Beta oder so, dann ist die Energie einfach weg, weil beim nächsten Mal, ach ja, Bitwig, da war ja nichts. Ich glaube, das kann man sich heutzutage... Ich halte das für die falsche Strategie. André, wie war das bei euch? Ihr hättet besser auch gleich richtig alles amtlich am Start haben sollen. Das sind aber noch zwei Stadien, von denen du gerade sprichst. Ja, genau, kurz einmal die Aufmerksamkeit und sicherlich funktioniert das später auch noch, aber das ist dann wesentlich mehr Arbeit, die Leute dann davon zu überzeugen, das jetzt nochmal zu testen. Das ist schon richtig. Tom, du hattest aber nochmal eine Frage dazu. Ja, du sprichst von zwei Stadien. Einmal Ankündigung, erste Version, nächste Version. Und ich frage, also ich würde auch nicht einen Monat oder ich würde auch nicht ein halbes Jahr vorher ankündigen, kommt was Cooles, und dann das erste halbes Jahr später rausbringen. Meine Frage ist jetzt, würdet, also ich tendiere dazu zu sagen, ich warte lieber ein, zwei Monate und bringe dann eine Version mit möglichst allen oder fast allen Featuren, die ich mir vorgestellt habe, raus, als dass ich zwei Monate vorher es rausbringe und sage, ja, da kommen noch zwei, drei Knöpfe, die machen dann das und das. Und da ist ja auch der Pietke ein gebranntes Kind. Der kann da einiges zu sagen. Sag mal. Ne, oder? Sag mal. So einfach sagst du das. Ja, ich erinnere tatsächlich schmerzlich an die V-Machine-Ankündigung, Markteinführung. Gut, das ist ja dieser, Tom, ich weiß nicht, ob du die V-Machine kennst, das ist ja eine kleine VST-Plug-in-Hardware, also eine kleine Kiste und du kannst Plugins drauf laufen lassen. Und da war es tatsächlich auch so, in dem allgemeinen Hype, wir haben eine Kiste, sagst du, hey, wir releasen oder beziehungsweise wir bringen jetzt eine News raus. Man hat erstmal sämtliche Aufmerksamkeit tatsächlich auf sich und dann fängt tatsächlich, nachdem sich dieser erste Hype so ein bisschen legt, fängt dann das große Rudern an. Die Software ist nicht fertig, muss geschrieben werden. Mensch, die Hardware ist fertig, aber es fehlt noch ein bisschen was. Und so zieht sich das dann ganz einfach auch tatsächlich Monate hin. Und ich stimme euch dazu. Manchmal hat man aber, glaube ich, als Firma oder Vertrieb auch so ein bisschen, also du hast ja auch einen gewissen Druck der Öffentlichkeit, zu gewissen Terminen auch was vorzustellen. Ja, aber das war doch, ist doch heutzutage, ist doch dieser Druck deutlich geringer. Ich meine, Bitwig musste doch jetzt nicht die Nemtche, oder ist das wieder, das hat mich gewundert, Piet. Das ist ja ein junges Unternehmen mit jungen Leuten. Dass die aber diese altmodische Schiene der Messepräsentation tatsächlich mitfahren, also da auf dieser Linie fahren, hat mich total gewundert. Weil das ist meiner Meinung nach doch komisch zu sagen, ach ja, wir haben eine halbfertige Idee, die präsentieren wir auf der Nemtche, weil man ja einmal im Jahr auf der Nemtche nur was vorstellen kann. Das ist doch heutzutage nicht mehr so, oder? Nee, nee, das ist richtig. Aber wenn ich zum Beispiel Essen Pro Audio angucke, als altmodische Firma, stellen wir Produkte oder, ja, stellen wir Produkte tatsächlich auch vor zur Nemtche und zur Frankfurter Musikmesse. Vielleicht müsste man das einfach, also es hat vielleicht auch was mit einer Zielgruppe zu tun. Eine Nemtche oder eine Frankfurter Musikmesse hat per se auch unheimlich viel Aufmerksamkeit. Sprich im Sinne von sämtliche Social-Media-Aktivitäten sind natürlich auch genau zu den Zeitpunkten extrem verstärkt. Und da dann als Bitwig möglicherweise eben mit reinzurutschen in so einer Berichterstattung, weil Sonic State da auch irgendwas drüber macht, weil die sind gerade vor Ort und können mit den Entwicklern auch mal kurz ein Interview machen, ist durchaus auch eine sehr bequeme Möglichkeit, das dann dementsprechend in die Welt hinauszutragen. Ob es sein muss, muss, glaube ich, einfach jeder für sich entscheiden. Also du würdest sagen, also für euch macht das immer noch Sinn, zu sagen, auf der Nemt Show und auf der Musikmesse, da stellen wir die Neuheiten vor. Und wie sieht das aus? Verballerst du das Zeug dann nicht alles schon auf der Nemt? Oder müsst ihr das dann wirklich so aufteilen, dass ihr sagt, okay, die Neuheit zur Nemt Show und dann halten wir das noch einen Monat zurück für Frankfurt? Ja, macht ihr das so? Ja, wir machen es tatsächlich so. Einfach, was daran liegt, ist, dass einfach gewisse Produkte noch nicht fertig sind, sich noch in einem Prototyp-Stadium befinden, insoweit, dass zum Beispiel noch nicht mal das Gehäuse fertig ist und wir einfach dann noch, ich sag mal, drei Monate Zeit haben, um da was Marktfähiges sozusagen noch zu entwickeln und dann auf der Messe vorzustellen. Die Frankfurter Musikmesse ist auch tatsächlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen endkundenorientierter im Gegensatz zur Nemt Show und da versuchen wir tatsächlich auch solche Highlights, wie es damals mit der V-Machine der Fall war oder das, was wir jetzt auf der Frankfurter Musikmesse gerne ankündigen möchten. Was war das denn? Was wolltet ihr da ankündigen? Was wolltet ihr denn? Da war noch was. Ich zeig hier den Prototypen. Oh, 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 ja, zeig mal. Ich zeig hier den Prototypen, hier, das da. Was ist das denn? Das war's auch schon. Und braucht auf jeden Fall jeder, auch du. Alles klar. Und das heben wir uns tatsächlich für die Messe auf. Also, wie gesagt, ist... Tom, hat dir das jetzt irgendwie geholfen? Nee. Ja, also, auch wenn die Frage noch nicht, meine konkrete Frage nicht ganz konkret beantwortet ist, habe ich doch deutlich rausgehört, dass es denn doch schlauer ist, lieber ein, zwei Monate warten, dann alle Knöpfe einbauen und nicht sagen, schon beim Release der ersten Version zu sagen, ja, in ein, zwei Monaten kommt das Update mit den anderen Knöpfen, die wir noch drin haben wollen. Das wird sich, das meine ich, da herausgehört zu haben. Da nickt ja auch gerade wieder der André. Du bist auch immer auf der Musikmesse, wirst du auf der Musikmesse sein dieses Jahr? Ja. Und wie ist das mit dem Nuklear gelaufen für dich jetzt so als Präsentationsplattform, Messe? War das jetzt wichtig? Hat das funktioniert? Also, man hat einmal den Kundenkontakt. Das ist immer interessant, da Feedback zu bekommen, aber man trifft halt auch alle anderen aus der Branche. Das heißt, Hardware-Designer, Hardware-Entwickler und also viele Ideen werden, glaube ich, auch auf der Musikmesse geboren, die man so für Zusammenarbeit und Kooperation und neue Produkte. Total wichtig, sehe ich auch so. Ja, absolut. Okay. Das heißt also, du wirst dann auch eventuell, André, wenn es ein neues Update gibt oder ein neues Produkt von dir, dann sagen, okay, das halte ich jetzt noch einen Monat zurück und präsentierst dann auf der Messe. Ja? Jein. Also, ich weiß nicht, ob man da ein Jahr jetzt warten würde, wenn man, man sollte nicht voreilig da was präsentieren. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Okay. Piet, jetzt nochmal zu dir. Du warst vor Ort, wie sah es denn da aus mit dem MPC-Hype? Die haben ja da drei MPC-Produkte vorgestellt. Also, ich als MPC verstehe ja, weißt du, als quasi prädestinierter zehn Jahre habe ich rumgehackt auf der MPC 3000. War das natürlich für mich wirklich traurig, dass wir dieses Jahr nicht gefahren sind, weil da hätte ich sofort auf all diesen ganzen Pads rumgeklopft. Wie ein Wahnsinniger. Ja, das war auch tatsächlich interessant, weil schräg gegenüber von uns, es war ja, wie ich ja schon erwähnt habe, Stevie Wonder am Alese stand. Es ist ja tatsächlich auch Arkay. Schräg gegenüber, relativ klein, aber es waren natürlich, es waren immer fette Beats am Start und da war einfach der Haufen der Hip-Hop-Producer, Rapper und Black-Music-Liebhaber war da tatsächlich, also diese Traube war riesig. Es war wirklich interessant, es war echt sehr geil, fand ich. Vor allem, was mich wirklich richtig begeistert hat, war tatsächlich diese MPC Fly. Da lief auch direkt neben uns auf dem riesen Bildschirm auch immer der Trailer und das ist alles irgendwie wirklich gut gemacht. Ich habe dann auch noch irgendwie die App-Entwickler dieser App, diese MPC-App kennengelernt und die haben auch so ein bisschen halt was erzählt und ich fand diese Kombination einfach wahnsinnig sexy. Man schiebt das iPad oben rein, hat eben diese... Das ist ja wie eine kurze Frage, die mich dazu, Also es ist, aus der Ferne betrachtet, war das für mich ein iPad-Case mit eingebauten Pads. Tonerzeugung komplett übers iPad und dieser Case ist quasi der Hardware-Controller. Richtig, genau. Sie hatten auch einen Prototypen nur, wobei der anscheinend schon... Das hat Tom schon gesagt, da war gar nichts zum Anfassen. Nee, es war in dem Sinne nicht zu anfassen, dass über einen durchsichtigen Plexiglas-Würfel die MPC Fly drunter stand. Schon mit iPad drin, Software lief auch, aber sie wurde wohl von einem anderen MPC-Controller, der außerhalb dieses Plexiglas-Kasten stand, irgendwie angetriggert und da haben so ein paar Jungs irgendwie ein paar Vorführungen gemacht. Also im Großen und Ganzen, man konnte noch nicht so viel sehen, aber das, was man sehen konnte, ist tatsächlich ein Case. Sieht tatsächlich aus wie so ein dunkles Hardcover-Case. Vielleicht kennen manche irgendwie die Firma Speck oder Speck, die diese MacBook-Covers irgendwie machen. Das wirkte auch tatsächlich ein bisschen so. Man kann es zusammenklappen oder komplett so im 90-Grad-Winkel und ein bisschen Mucke machen und du kannst es dann komplett irgendwie aufklappen und hinlegen und es machte schon einen sexy Eindruck. Die Frage ist so ein bisschen, hat ja auch Tom schon so ein bisschen erwähnt, dieser Hype um iPad und Musik machen. Da gab es... Ja, genau. Das war mir jetzt genau wieder die Frage gewesen. Auch an dich. Also ich habe mich gewundert, dass doch so wenig iPad-Controller-Musikgeschichten irgendwie vorgestellt wurden. Ich habe eigentlich... Wir hatten hier aus der Ferne doch tatsächlich einen ganz anderen Eindruck, dass jeder große Hersteller jetzt irgendwas für das iPad macht und waren nicht sicher, ob das vom Markt nachgefragt wird oder ob die einfach denken, wir müssen da dabei sein. Das ist so cool. Das ist eine gute Frage. Die stellt sich natürlich erst im Pro Audio auch. Ja, genau. Du bist ja ein Hersteller... Du arbeitest ja für einen Hersteller und da wäre das... Und du machst Marketing sogar noch da. Ach Quatsch. Dann kann man doch eigentlich von dir erwarten, dass du uns diese Frage jetzt verdammt nochmal hier beantworten kannst. Ich glaube, die kann dir einfach keiner beantworten, ob man sowas braucht oder nicht. Das wird sich, glaube ich, zeigen und die Märkte werden das wahrscheinlich auch regulieren. Und es möchte einfach jeder von diesem großen Apple-Ei-Aus-Kuchen was abhaben. Und ich meine, letztendlich, wir sind ja mit unseren kleinen Di-Boxen dabei. Also ein kleines Dock. Du steckst oben dein iPhone oder iPod rein und hast hinten... Oder es ist im Prinzip halt eine Di-Box fürs iPhone. Insofern sind wir ja da auch schon so ein Stückchen mit drin. Aber dann kannst du uns da auch, wenn ihr schon ein Stückchen mit drin seid, dann auch vielleicht mal kurz erklären, ob da bei euch Leute anrufen oder eine Nachfrage ist oder eure Dealer fragen jemanden, wann sind wir denn auch dabei? Ich kriege die Leute, die kommen hier rein und wollen irgendwas mit ihrem iPad machen. Oder ist das... Was? Also sowas in der Richtung gibt es tatsächlich nicht. Ich glaube auch, dass... Gut, du hast das iPad, du hast diese Möglichkeiten. Ich kann mich an diesen Stammtisch tatsächlich noch erinnern, den wir, ich glaube, vor zwei Jahren in Berlin gemacht haben, auf der SAE-Convention, wo wir ja auch gesagt haben, dass sich das einfach noch tatsächlich ausbreiten wird. iPad, Musik machen mit dem iPad etc. Und das ist der Trend, der tatsächlich sichtbar ist. Es macht Spaß, wobei ich selber für mich entschieden habe, dass ich keine Musik auf dem iPad machen möchte, weil es ist mir einfach nicht... Ich weiß nicht... Fragen wir doch mal den Nicht-iPad-Versteher da hinten. Ja, Nutzer, Versteher sehr wohl. Ja, aber du wirst doch mit deinem Produkt, 3D-Software, definitiv auch auf diesen Devices dann landen wollen. Weil... Müssen, müssen, müssen. Also müsstest du doch ein ganz großer iPad-Versteher sein. Ja, also ich verstehe ihn sowieso. Und ich finde es ja auch für gewisse Anwendungen voll cool, nur dieses ewige Dachrumgetippe zu jeder Tages- und Nachtzeit und überall, das ist halt nicht meine Welt. Also ich mache ja immer... Wie eine Anwendung habe, finde ich das cool. Logisch, klar. Also ich habe gestern wieder, wir waren bei Thomann, haben da was Schönes gedreht, für den Thomann-Videoblog. Und ich habe das noch aus der Zeit, wo ich immer nach Hamburg gefahren bin, zu Steinberg, mir zur Regel gemacht, einmal durch den ganzen ICE zu laufen und Marktanalyse zu machen. Also damals, 2001, war das so 9 zu 1. 9 PC-Laptops gegen einen Mac. Heute ist es 7 zu 3 für den Mac ausgegangen und auch die iPads. Was? Ich klatsche. Wie, warum? Klatzt du? Ich klatsche nur, weil es tatsächlich wirklich erstaunlich ist. Allein vor zwei Jahren sah es noch ganz anders aus. Und da, gerade wenn man, was mir auch auf der NEM-Show aufgefallen ist, ist, dass Business mit dem iPad heutzutage gemacht wird. Also, ob das jetzt unsere europäischen Vertriebe waren, die bei uns am Stand waren, mit denen man ja Meetings hat, oder auch das, in Anführungsstrichen, normale Fußvolk. Jeder hat sein iPad dabei und kloppt darauf rum, ob das jetzt die NEM-App ist, mit Gängen, die man da irgendwie mal wohl markieren kann, oder irgendwelche Excel-Listen, Business-Pläne. Es wird einfach alles mit diesen Apple-Devices tatsächlich gemacht. Das ist ja fast schon wieder uncool. Ich habe schon gesagt, wir müssten eigentlich eine Firma gründen und ein Gegenprodukt starten. Auf jeden Fall. Also da, wo ich saß, da waren zwei Mädels mit ihrem MacBook Air und der Kollege nebenan spielte mit seinem iPad. Und es war also ganz weit entfernt, erst zwei, drei oder vier, fünf, sechs Sitzreihen weiter, der erste PC am Start. Dann frage ich nämlich jetzt auch mal, André Dupke, wann kommt der Nuklear als iOS-Device raus? Sobald es da einen vernünftigen Standard gibt. Also wenn da jetzt wirklich ein Plug-In-Format sich etablieren wird, dann wird es sicherlich auch umgehend. Nee, Standalone, Standalone, wie der Animo. Also Standalone denke ich erstmal nicht, nee. Also in einer Einbindung, in einer DAW, das wird mit Sicherheit passieren, aber als Standalone denke ich erstmal nicht. Habt ihr denn schon mal reingeguckt, wie das Entwicklungstechnik aktuell aussieht? Wie weit ist das entfernt, Codetechnik, Programmiertechnik, von den Standards, die auf dem PC oder Mac benutzt werden? Von der Software. Das ist eine kleine Strecke, die man da gehen muss. Ja, es geht. Also ich erinnere ja an diese DAW fürs iPad, dass die sogar eine Möglichkeit haben, VST-Plug-Ins zu portieren auf einer iPad-Version. Also das ist wohl sehr nah dran. Das ist nicht ganz weit weg, glaube ich, was da passiert. Also zumindest was den Code für die Audio-Algorithmen angeht. Okay, Tom, weißt du mehr? Ja, ein bisschen. Also für mich ist das natürlich ein Thema, wie du das vorhin schon richtig angedeutet hast, und wie du siehst, beschäftige ich mich damit auch schon eine ganze Weile. Und das wird auch, so wie ich das sehe, dieses Jahr alles noch was werden. Allerdings für den Endkonsumer, also jetzt nicht für den Pro-Audio-Markt. Und der Weg von einer Mac-Version hin aufs iPad ist ein kleiner Weg, aber er ist nicht so groß. Aber es ist auch nicht mal eben kurz neu kompiliert und dann war es das. Ist allerdings auch eine Frage natürlich von CPU-Power. Und da ist halt kein, wenn ich das richtig sehe, ist da kein Intel drin. Das heißt, da muss man wieder... Das ist ein A-Chip. Genau, der Apple-Chip. Und da muss man halt ein bisschen umbasteln, ein paar neue Libraries benutzen, das alles wieder neu tunen. Also da haben deine Programmierer, haben da schon ein bisschen was zu tun, aber ich rede nicht von Monaten, sondern eher von Wochen. Also auch nicht zehn Wochen, sondern das ist so, das ist relativ schnell abgehakt. Das ist da so ein Weg, der beschreibbar ist. Den wir bereits beschreiben. Ist das dann am Ende des Tages sowas ähnliches wie C, das man da auch benutzen kann? Ja, eine ähnliche Programmierer. Kommst du aus... Ist es ähnlich? Es ist... Du bist der Weg von C++, womit die meistens, glaube ich, alle programmieren, wenn du VST und diese Plug-In-Geschichten machst, ist der Weg zu... Ich weiß jetzt nicht genau mal, wie das heißt. Das ist auch ein C-Derivate, den es fast gesagt hat. Ist das Objective-C oder sowas? Ja, irgendwie sowas, glaube ich, genau. Also der Weg ist nicht so weit. Objective-C? Was weißt du denn, Piet, von X-Objective-C? Also jetzt hör mal zu, also komm. Ich beschäftige mich privat mit dem Thema. Ehrlich? Was warst du denn da? Du, ach Quatsch. Es ist einfach, ich finde es einfach interessant, was Apple an Entwicklertools tatsächlich einem an die Hand gibt und wie relativ einfach das eigentlich ist. Man sollte es ja nicht glauben, Könntest du denn mal bei uns an der iPad-App mal ein bisschen was rumschrauben, damit die nicht immer jedes Mal abstürzt, wenn der RSS-Feed nicht am Start ist? Mach doch eine Android-Version vielleicht. Nein, aber es ist, es entstand einfach bei mir aus dieser Neugier heraus, man geht ja in diesen App-Store und man sieht, welche grottenschlechte Schwemme, also wie groß diese Schwemme von grottenschlechten Apps einfach ist. Und dann fragt man sich unweigelig, sag mal, es kann anscheinend wohl jeder Vollidiot so ein Ding irgendwie zusammenschrauben und daraus entstand einfach, man hat ja selber so ein Ideen. Und da hast du gedacht, ich als Vollidiot bin dann auch dabei. Ich bin, ich würde gerne als Obervollidiot natürlich die beschissenste App im App-Store dann machen, aber ich, das ist noch ein harter Stein. Das ist ja echt eine Herausforderung, gell? Ja. Vielleicht so ein paar Herzchen, die so über dem Bildschirm einfach nur laufen. Man würde wahrscheinlich Millionen verdienen. Ich mach das nicht mit Herzen, sondern mal gucken, lass dich überraschen. Alles klar, aber du würdest sagen, das ist gar nicht so, du schraubst da ein bisschen rum, du hast irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht so wahnsinnig aufwendig ist. Was ja Apple auch immer gut macht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommen habt, Tom? Hammermann? Es gibt von Apple ein iBook-Authoring-Programm, das heißt iBook-Authorer. Und da finde ich, muss ich ganz ehrlich, Respekt, Respekt an Apple, das haben die Kollegen richtig drauf. Pete nickt da auch. Also das ist einfach... Was ist denn ein Authoring-Programm, bitte? Pete, was ist ein Authoring-Programm? Ein Authoring-Programm ist ähnlich, wie es zum Beispiel... Kennst du InDesign beispielsweise oder Quark-Express? Genau. Und im Prinzip ist das das Gleiche in grün, aber... In grün, Entschuldigung, aber tatsächlich Apple-typisch umgesetzt. Das heißt, du kannst deine E-Books, die du zum Beispiel in diesem iBook-Store, Entschuldigung, kaufen oder runterladen kannst, kannst du mit diesem Tool ganz einfach erstellen. Es ist wirklich... Ich habe es mir gleich, nachdem die das vorgestellt haben, runtergeladen, installiert, ein bisschen rumprobiert, weil ich ja auch als alter Layout-Hase aus meiner alten Fachmagazins-Zeit den ganzen Themen ja auch angetan bin. Und wie Apple das umgesetzt hat, ist es wirklich sensationell. Das Schöne ist... Also das ist ein Programm, wo du Text und Bilder miteinander zusammenbauen kannst. Und dann... Okay. Nee, das ist aber das Schöne, weil du kannst natürlich interaktive Books dir zusammenstellen. Das heißt, du hast eine kleine Widget, so ein kleines Widget-Dropdown. Du kannst dann HTML oder irgendwelche JavaScript-Slice-Shows einfach per Drag & Drop reinziehen. Und was wirklich clever ist, wenn du eine schöne Keynote-Präsentation gemacht hast, ziehst du die per Drag & Drop tatsächlich auch einfach rein in dieses Authoring-Programm. Und es werden wohl zum Großteil diese Animationen übernommen. Wenn du auch schon zum Beispiel ein Buch geschrieben hast, gelayoutet hast in Microsoft Word, ziehst du auch einfach nur das Word-Dokument per Drag & Drop rüber in diesen iBook-Order und er übernimmt dir das und layoutet dir das auch quasi vollautomatisch. Und das ist wirklich... Das ist der Oberknaller, muss man ganz ehrlich sagen. Und du kannst... Wird sich ja Adopt drüber freuen. Nein, aber ich habe tatsächlich so ein paar Geschichten, wo ich gerne ein kleines E-Book draus quasi generieren möchte. Es ist auch alles umsonst. Wenn du dich dann beim Veröffentlichen entscheidest, dass du dein E-Book umsonst quasi anbieten willst, dann musst du auch gar nichts an Apple zahlen. Wenn du das natürlich verkaufen willst, dann sieht es wieder anders aus. Dann ist, glaube ich, wieder diese 30-70-Geschichte wie im App-Store. Aber ansonsten wirklich klasse. Aber stellt euch das mal vor jetzt. Du kannst mit dem, was du da bastelst, das, was du da bastelst, kannst du nur über Apple verkaufen. Das kannst du nirgendwo anders verkaufen, oder wie? Ja, also das ist auch von einigen wohl auch der Kritikpunkt. Du kannst es nicht als E-Book, als E-Pub, also im E-Pub-Format... E-Pub 2 oder 3 nicht ausspielen. Du kannst es nicht exportieren. Du kannst es speichern als, glaube ich, rein Text. Dann geht halt alles an Formatierungen verloren. Du kannst es als PDF exportieren, kannst es halt so auch weitergeben. Aber du hast natürlich keine Animationen, etc. Und natürlich irgendwie in dem klassischen Apple-i-Book-Format. Und dann ist es interaktiv mit allem und scharf. Das ist so ein bisschen für einige das Problem, dass es halt ein Apple-eigenes Format ist. Wobei ich halt sagen muss, trotzdem ist natürlich die Plattform, wenn du dieses Buch im iBook-Store, in diesem Book-Store veröffentlichst, ist natürlich die Zuschauerzahl immens. 14 Millionen oder wie viel auch immer können irgendwie dein Buch runterladen. Das ist natürlich schon wirklich krass. Aber das kann ich natürlich im Kindle-Store mit E-Pub und so auch. Also das ist schon ein bisschen schade, dass uns Apple da wieder in so ein Format reinzwängt. Aber gleichzeitig ist es so, dass es da wieder spezielle Features gibt, die eben nur auf der iPad- und iPhone-Plattform unterstützt werden. Und man muss einfach sagen, das ist wirklich super easy, damit was zu machen. Und wäre das nicht geil, wenn das auch für iOS-Musik-Apps so einen Baukasten geben würde, André Dupke? Ja, wird es bestimmt geben, denke ich. Irgendwann wird es da bestimmt. Es gibt eine relativ interessante Freeware-Geschichte, die nennt sich Scribus. Die läuft also auf Linux, Mac, PC für Desktop-Publishing. Also wer kein Geld hat und irgendwas veröffentlichen möchte, das ist ein sehr gutes Tool. Da habe ich gerade mitgearbeitet, um ein Handbuch zu machen. Das ist wirklich brauchbar. Reden wir aber jetzt mal nicht über Bücher. Scribus mit SCI. Ich werde den Link nochmal posten. Alles klar. Aber es gibt doch sicherlich auch, ich meine, das Rad muss ja heutzutage andere nicht mehr neu erfunden werden. Wenn ich jetzt einen analogen Filter, einen Oszillator programmieren will und so, gibt es da nicht im Prinzip auch so etwas wie Libraries oder Frameworks? Es gibt ja zum Beispiel dieses schöne Programm SynthEdit. Es gibt doch mittlerweile auf Mac und PC eine Menge so Entwicklungsumgebungen. Aber das gibt es doch. Ja, ja, ja. Ja, ich meine, so ein Programm gibt es doch schon, wo man sich das sozusagen Baukasten-mäßig, so einen Klangerzeuger zusammenbauen kann. Ja, wie heißt das? Mehrere gibt es sogar. Ja, Mac DSP. Okay, dann gibt es SynthEdit. Dann gibt es noch eine ganze Menge. Ja, aber nicht für iOS. Was? Und wann das für iOS irgendwann mal kommt, solche Geschichten. Aber das wäre doch genial, wenn es so etwas Geiles wie diesen iBook-Author geben würde für Synthesizer, für Audio-Applikationen. Das so vielleicht von der Oberfläche wäre wie SynthEdit. SynthEdit kennst du doch, oder? Meinst du mich? Ja. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, da braucht man sich dann... Ja, ja, genau. Also SynthEdit, die meisten oder ganz viele Freeware-Plugins auf Windows werden ja tatsächlich von SynthEdit oder in SynthEdit gemacht. Das Schöne ist ja, du kannst die ja quasi als DLL-Datei exportieren, also als reine Programmbibliothek und kannst das dann als VST-Plugin irgendwo importieren, also in deinen Sequencer. Ich bin mir nicht so sicher, ob Apple vielleicht so weit die Schleusen öffnen wird, dass du dir für iOS irgendwie so etwas Modulares zusammenstellen kannst. Vielleicht irgendwie mag es eine Sicherheitslücke sein, wenn man da mit Fremdcode irgendwie drin rumfuschen kann, etc. pp. Aber vielleicht wird es auch mal wie so eine Art Logic geben, nur vielleicht Modulare aufgebaut. Da kann man vielleicht, oder vielleicht kommt da mal was, das weiß ich nicht. Vielleicht ja auch von FL Studio, die haben ja auch diesen SynthMaker, der ziemlich umfangreich ist. Genau. Gut, haben wir das Thema abgehakt. Jetzt muss ich den Piet noch mal fragen. Der war als einzigster von uns hier in der Runde vor Ort. Was haben wir verpasst? Oder auch vielleicht die anderen Medien verpasst? Wo ich sagen würde, Mensch, warum hat denn da keiner darüber berichtet? Das war doch supergeil. 16 Grad Außentemperatur. 16 Grad Außentemperatur, zwei Tage schlimmer Regen. Okay, das haben wir nicht verpasst. Nee, also ich habe ja anfangs schon gesagt, ich sehe ja dann leider auch nicht so viel. Also ich gucke natürlich dann abends, sofern das Internet im Hotel nicht überlastet ist, was tatsächlich jeden Tag der Fall war. Gucke ich natürlich auch so meine RSS-Feeds durch und gucke mal, was so wirklich Spannendes irgendwie ist. Aber das hättest du auch machen können, von zu Hause aus. Da hättest du nicht zu seinem Lapshow fahren müssen. Jein, also ich meine. Aber man hört doch immer, guck mal, man hört doch immer, auf der Show gibt es doch immer so den Talk. Da kommen die anderen, wo hat man denn am meisten drüber geredet? Das waren dann schon die Sachen, die wir schon besprochen haben. Arturia, Arkay, Bitwig, nicht. Haben wir ja gehört, da wurde nicht drüber gesprochen. Hast du das Apollo eigentlich gesehen? Haben die das vorgestellt? Universal Audio, hast du da mal geguckt? Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das schon zu sehen war auf der Messe. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich es gesehen hätte. Also Universal Audio machen extrem viele Shows und Vorführungen. Wobei mir ist jetzt irgendwie, ich bin ziemlich oft an dem Stand dann doch vorbeigekommen, weil der genau irgendwie auf dem Weg zu meiner Raucherpause sozusagen lag. aber der Name Apollo, den habe ich dann nie gehört. Was soll das sein, André? Die haben jetzt auch ein Audio-Interface rausgebracht, das eigentlich schon vor zwei, drei Jahren mal so zu hören war, dass da irgendwas kommt. Aber auch die Effekte, die man von der ORD kennt, die lassen sich in Echtzeit einbinden. Das heißt auch fürs Mischen und fürs Monitoring. Und ich finde, das sieht sehr interessant aus, das Interface. Ist das irgendwie auch Thunderbolt? Kurze Zwischenfrage? Genau, auf Thunderbolt-Technologie für PC. Ah, endlich mal was. Genau, das war nämlich so ein Ding, Pete. Thunderbolt, hätte ich jetzt erwartet, muss ein fettes Thema sein auf der Messe. War es aber nicht. Gar nicht, nö. Thunderbolt selber fristet, glaube ich, da immer noch tatsächlich einen Schattendasein. Ich meine, ich sehe jetzt durch meine Mac-RSS-Ticker, dass immer mehr Festplatten, wie auch immer, Western Digital, Go Flex, oder wie das jetzt heißt, endlich den Thunderbolt-Adapter ausliefern. Aber ich glaube, das wird auch tatsächlich noch ein bisschen dauern. Hat ja auch der Stefan Barber uns erklärt, warum einem so Metric Helo da noch nichts am Start ist, weil angeblich die Spezifikation von Apple noch nicht 100% freigegeben ist. Das, ja, das wird wohl tatsächlich dann ein gewichtiger Grund sein, dass viele Hersteller da einfach extrem zurückhaltend sind. Ich meine, wenn du sowas baust, musst du unheimlich viel Geld investieren und da möchte man vielleicht lieber noch abwarten. Okay. Dann haben wir sonst alles durch? Messe, Name Show, Nachlese, würden wir sagen, würdest du sagen, Piet, du hast ja mitbekommen, was wir alles schon erzählt haben auf dem Sender hier. Kann man sagen, das war's? Ja. Alles klar. Dann machen wir doch mal eine ganz schnelle, kleine Vorausschau mit dir. was glaubst du denn, ist da noch genug Pulver für Frankfurt übrig? Ja, ich glaube, wer hat das noch nicht verschossen? Ich meine, wir warten ja auch schon ewig auf eine Live-Version, aber die gehen ja sowieso gar nicht auf die Messe, ne, Ebelton? Das ist ja schon sehr lange her, dass da was kommt. Ja, aber durchaus kann ja da mit irgendeiner Ankündigung gerechnet werden im Rahmen der Frankfurter Musikmesse, weil da natürlich auch alles guckt dann nach Frankfurt, die Berichterstattung ist dementsprechend umfangreich, könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht was kommt. Und ansonsten, ja, ach, Essimpro Audio wird ja so ein paar Geschichten irgendwie machen und ich bin mir ziemlich sicher, So, da schalte ich doch jetzt mal wieder zurück zu. Nein, ich will jetzt um Gottes Willen keine Eigenwerbung machen. Nee, das darfst du, das ist dein Lohn, den du hier bekommst. Nee, will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich es doof finde. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es gerade, was so kleinere Firmen angeht, die werden auf der Messe Sachen durchaus vielleicht auch spannende Sachen vorstellen. Und ja, also. Da hast du auch gerade einen super Punkt gemacht, weil was mir immer so auffällt, dass wir gerade auf den Musikmessen, wir hatten letztes Jahr den Schmidt Synthesizer, ihr erinnert euch, und ihr habt dann irgendwie immer so das Gefühl, dass auf diesen ganz kleinen Ständen, dass da dann meistens irgendwie die Fahrt abgeht, dass die Firmen nutzen das dann auch tatsächlich nochmal, um dafür die, die haben vielleicht, der Schmidt Synthesizer ist da gebraked worden. Soll übrigens jetzt 20.000 Euro kosten. Ist doch ein wunderschönes Wohnzimmerinstrument an. Ja, ich sehe es ja so ein bisschen am Buckler. Ich meine, dieses SpaceLab-System kostet auch 15.000 Dollar. Das ist natürlich schon was anderes als ein Virus von den Anschaffungskosten. Alles klar. Aber das ist ja, das ist tatsächlich, also das sagst du schon richtig. Also wie gesagt, wir haben es auch bei uns am Stand gemerkt, mit dem Buckler-System, das hat halt einfach Charme, das hat einen gewissen Kult, das strahlt was anderes aus. Das ist so ein bisschen wie ein Autohaus, das Rolls Royce oder Lamborghinis verkauft. Da stehst du natürlich auch am Schaufenster und drückst dir die Nase platt. Ähnlich ist es mit solchen Geräten, nur mit dem Unterschied, dass du halt auf so einer Messe damit auch selber fahren kannst quasi und es ausprobieren kannst, solange du möchtest. Und das ist schon, das finde ich schon stark. Und die kleinen Firmen sind ja die innovativen, meistens ja die innovativsten Firmen. Absolut. Und das wird sich wieder mal lohnen, auch dieses Jahr zur Frankfurter Musikmesse zu gehen. Denn da werden wir dich sehen. Nein? Ich will nicht, aber ich muss. Okay, also wir werden dich sehen. Wir werden den André Dupke sehen. Ja, ich werde auch da sein. Ja, weißt du schon, an welchem Stand du diesmal, wie sagt man, hospizieren? Nee. Das darfst du nicht verraten. Das darfst du nicht verraten. Nein, noch nicht. Okay. Tom, wie sieht es bei dir aus? Bist du denn... Ja? Ja? Vor Ort? Also ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Da steht fest, ob ich auf einem Stand dabei bin, das kann ich noch nicht genau sagen. Ich möchte das gerne, weil ich auf jeden Fall was zum Angucken habe da und zum Anfassen und Rumspielen, das habe ich jetzt schon. Also da kann man auf jeden Fall mal was auschecken und Spaß haben und mal einen Eindruck davon bekommen. Eigentlich möchte ich bis dahin auch schon den Release haben. Das heißt, also ich werde irgendwo sein, ich weiß nur noch nicht genau, bei wem ich irgendwie mit auf die Stand bin. Wo du unterkommst. Vielleicht sogar alleine oder vielleicht sogar alleine, das weiß ich noch nicht genau. Aber das war es, das wird teuer, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Das wird teuer, das wird teuer. Ja gut, wenn ihr jetzt, hat einer von euch drei noch irgendetwas, was er mitteilen möchte? Ja. Ah, freu ich mich doch. Dann los. Und zwar habe ich mir meine erste Anschaffung getätigt über den iTunes Store und zwar ist das das Album, das neue Album von Peter Licht, Das Ende der Beschwerde und das würde ich gerne allen Musetalk-Hörern nochmal ans Herz legen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Album und macht wirklich Spaß, das immer wieder zu hören. Okay. Und wie ist das mit euch beiden? Ich habe natürlich auch meinen ersten iTunes Store Kauf getätigt vor einigen Tagen. Ehrlich jetzt? Ja, also ich habe Hey, ich habe meiner Frau zu Weihnachten 50 Euro Karte geschenkt. Die ist da regelmäßig unterwegs. Im iTunes Store bin ich da tatsächlich nicht so unterwegs, war da immer, ich weiß nicht, konnte mich nie entscheiden, aber ich habe tatsächlich aufgrund von diversen guten Rezensionen und Empfehlungen Game of Thrones gekauft. Diese HBO-Fantasy-Serie, die auch unglaublich unglaublich gut gemacht ist und Okay, das sind aber jetzt hier also das sind ja jetzt hier Abwege, jetzt wollen wir doch hier keine Werbung für Filme. Okay, alles klar. Der Tom Ammermann hat nichts zu verkaufen, da wartet er noch drauf, dass er was zu verkaufen hat. Ja, der hat schon was zu verkaufen, der muss noch die Kasse aufstellen. Alles klar. Und das Produkt und ja, ich habe schon mal was bei iTunes gekauft. Ich kaufe da gerne mal so einzelne Titel, weil es immer noch was gibt. Das war doch gar nicht das Thema, Mensch, Mensch, wer hat denn damit angefangen? Das war hier der André. Nein, ich habe gesagt, das wäre doch irgendwas, was ihr empfehlen wollt, aber doch keine Musik. Ja, meine, das ist ja nur langsam aber das kann und ja. Ich wirke euch jetzt ab. Ich sage jetzt einfach nur vielen Dank, dass du dabei warst, Piet. Dankeschön. Ja? Vielen Dank für alles. Tschüss. Wie alles? Ja, wie alles. Okay. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schneidet großzügig mein Gesicht und meine Stimme raus. Nein, und jetzt geht es weiter zum André Dufke. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wisst ihr, warum ich jetzt heute so komisch drauf bin? Ich muss trinken auf Klo. Vielen Dank, Tom, dass du dabei warst. Ein Stück aus meiner Lebensgeschichte. Nein, es tut mir leid. Da kann ich jetzt heute leider nicht mehr drauf eingehen. Hab das wohl. Das ist der Fluch des Livestreams. Richtig. Okay, dann sage ich jetzt nur Make more music mit Museltag und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Spätestens allerdings am Montag oder am nächsten Donnerstag hier auf diesem Sender. Und bis dahin muss ich ja nochmal sagen Make more music. Tschüss. Tschüss.